servus hallo liebe freundinnen freunde bernd hier schaut euch das mal an wie im letzten video da hat sich an sich nichts verändert es schaut einfach nur jedes mal richtig hammermäßig aus so voll hingen die heidelbeeren noch nie natürlich darf man jetzt noch nicht davon ausgehen dass jetzt hier schon eine reife heidelbeere an den pflanzen hängt aber es wird nicht mehr lange dauern und ihr seht wie viele reife heidelbeeren hier dann vorhanden sein werden wenn sie denn dann reif sind ja ich denke mal da werden wir uns richtig freuen sobald da viele früchte dran am reifen sind logischerweise auch bei den anderen sorten man sieht dass hier die hängen richtig voll also das sind trauben voller früchte auf die man sich richtig freuen kann freuen tut sich auch auf jeden fall hier der benjamini ihr seht schöne neue austriebe an den triebspitzen das werden wir auch an dem benjamini sehen der den winter sehr blattlos überstanden hat und jetzt am austreiben ist bei den granatäpfeln muss ich euch sagen ich bin jetzt gerade vorab durchgegangen konnte ich noch keine blüte entdecken aber die granatäpfel sind sehr schön unterwegs ich denke mal mit der blüte werden wir uns noch so zwei bis vier wochen vielleicht gedulden müssen bis man da mal so einen kleinen blütenansatz sehen wird das dauert und ja sonntag pfingsten im hintergrund wird gearbeitet ihr wisst wir sind hier im schwabenland da ist eigentlich kein tag heilig zumindest wenn es um die bauarbeiten geht ja dann sehen wir hier weiterhin schön ausgetriebene pflanzen dann sehen wir hier die mexikanische limette wie stark und toll die ausgetrieben ist das ist hier richtig fantastisch genauso hier wie bei dieser zitrus pflanze und eigentlich viel spannender als jetzt die pflanzen hier wo man noch nicht so viel sieht oder die eichenblätterige papaya die jetzt im zwischenquartier wo ich sie rein nehmen musste wo es draußen richtig richtig frostig war oder frostig ist übertrieben aber um die null grad war die blätter geworfen als sie raus kam hat sie natürlich sonnenbrand bekommen das macht der pflanze aber so direkt erstmal nichts natürlich hat sie dadurch ja einen gewissen blattmangel erleiden müssen und blütenwurfmangel aber ganz ehrlich die blüten werden wahrscheinlich eh nicht ausgereift denn es war einfach viel zu früh im jahr wo sie geblüht haben aber sie waren richtig voll am blühen und das werden sie auch wieder machen ihr seht ja sie treibt wieder aus und die alten blätter die jetzt abgeworfen worden sind die schaden genommen haben durch die starke sonnenstrahlung im frühjahr die werden eh ersetzt das ist natur das weiß die pflanze schon schaut mal die zitrone hier habe ich euch im letzten update schon gezeigt wie immens toll die ausgetrieben ist und sehen wir hier jetzt noch deutlicher weil die blätter natürlich und der austrieb insgesamt jetzt noch deutlich besser zu erkennen ist und ja jetzt kommen wir eigentlich zum highlight von dem video neben dieser wunderschönen ausgetriebenen zitruspflanze schaut mal wie krass und groß und schön die erdbeeren hier so schon hängen richtig voll jetzt gucken wir hier einfach noch mal außenrum schaut euch das mal an das sind die frigo erdbeeren aus dem letzten jahr die jetzt richtig voll hängen mit früchten richtig toll das heißt geschätzt zwei wochen vielleicht bis die erste frucht reif wird vielleicht je nach witterung sogar nur eine woche weil diese hier schon richtig dick ist und ich denke mal das wird auch ein tolles erdbeerjahr wenn wir uns jetzt kurz daran erinnern anfang vom video wie voll die heidelbeeren hängen für alle dies schon vergessen hatten was am anfang vom video war hier noch mal die heidelbeeren vom anfang vom video und hier wieder zurück zu den erdbeeren es wird richtig toll was das erdbeeren betrifft bei den zitruspflanzen die hier stehen genauso wie die granatapfelbäume die sind ja noch alle sehr klein und jung das heißt da werde ich auch gar nicht traurig sein wenn die nicht blühen werden ein bisschen enttäuscht wäre ich wenn mein granatapfel den ich aus samen gezogen habe den ich euch auch schon von anfang an gezeigt habe und jedes jahr darauf gehofft habe dass da mal eine blüte erscheint da wäre ich dann natürlich schon sage ich mal etwas verschnupft unabhängig vom heuschnupfen wenn hier mal dieses jahr keine blüte erscheinen wird aber bisher ist hier noch nichts in sicht ich kann zumindest keine keine blüteneinsätze erkennen aber ich hoffe mal das wird nicht mehr allzu lang dauern denn die pflanze schaut richtig gut aus die granatapfel haben auch im zeitigen frühjahr richtig schön ihre düngerpackung bekommen jetzt durch den vielen regen könnte man natürlich wieder nach düngen darf man nicht vergessen weil dünger wird auch aus dem substrat ausgespült auch wenn jetzt relativ frische blumenerde oder pflanzsubstrat bekommen hatten von anfang an muss das natürlich auch wieder aufgefüllt werden ja denn sonst haben die ein paar probleme so und jetzt sehen wir auch von dieser seite hier wie voll die erdbeeren hängen das heißt das ist schon mal eine richtig tolle sache so muss das sein und bei den anderen erdbeeren schaut es nicht anders aus bei den zitruspflanzen ihr wisst ich habe da relativ junge pflänzchen bekommen muss man auch noch schauen dass die entsprechend geschult werden die hier ist oben ziemlich struppig da muss jetzt ein trieb praktisch als hauptrieb gezogen werden und dementsprechend wird das wahrscheinlich dieser trieb sein und den anderen wird man einfach ein kürzen müssen und dann muss man schauen wie es sich entsprechend weiter entwickelt jawohl da hinten wird wieder weiter mit der kreissäge gearbeitet so muss das sein scharfe scharfe häusle bauen und dementsprechend gucken jetzt mal weiter hier bei den zitruspflanzen die ist auch richtig schön ausgetrieben jetzt kommen wir eigentlich zu dem pflänzchen was auch so ein bisschen kleines highlight ist ihr seht schaut total nackig aus total traurig aber ich habe ja schon öfters gesagt sobald er austreibt wird man wissen wie man ihn weiter pflegen muss und schaut mal hier kräftiger austrieb an diversen stellen und jetzt weiß man welche man ausdünnen kann weil da wird nichts mehr kommen und welche man eben weiter zieht und hier sieht man richtig schön kräftigen austrieb und das ist eigentlich für ficus benjamini typisch oder allgemein für feigenbäume die können sich extrem stark wieder erholen auch wenn sie massiv gelitten haben und man sieht das ja der hat die blätter abgeworfen da sind einige triebe abgestorben da wird man einfach jetzt demnächst mit der schere dran gehen überall wo die triebe dann eingekürzt worden sind wo dann praktisch eventuell hier drin im trieb noch ein bisschen leben ist was sage ich mal hormonell noch unterstützt wird wenn man das abschneidet dann sind die unteren augen auch aktiviert und wieder motiviert dass sie entsprechend schön kräftig austreiben ja kräftig ausgetrieben haben die zitrus pflanzen hier auch hier ist auch ein schöner schöner blütendrieb will ich jetzt noch nicht übertreiben eine richtig dicke blütenknospe genauso wie hier eine schöne dicke blütenknospe ist und auch hier an der pflanze sehen wir richtig schönen austrieb hier solche langen seitentriebe von granatäpfeln das kann immer ganz gut sein wenn dann am ende sich eine blüte bildet aber ich denke hier ist der schöne kräftige austrieb an dem dann eher die blüten erscheinen weil ihr wisst vielleicht habt ihr das schon mal gehört es gibt sowas wie eine apical dominanz das heißt das ist die oberste knospe die sagt allen anderen knospen hey pass mal auf ich bin hier der chef und ihr treibt nicht aus und es gibt so ein phänomen bei pflanzen und das kann man hier wunderbar erkennen wenn jetzt so ein trieb zur seite hängt dann sieht man genau welcher trieb oder welche triebe hier in der mitte gewesen sein müssen und das ist hier dieser stärkste trieb weil hier wird die ganze kraft hingeleitet zu dieser knospe treibt dann am stärksten aus und die knospen die dann unterdrückt werden sie dann hier wieder die hier weiter unten sind oder hier weiter unten am trieb und das kann man hier wunderschön erkennen das heißt ihr habt hier ein botanikunterricht ja hier sind die schwachen knospen die würden stärker austreiben wenn man den ganzen trieb jetzt so hin biegt dann wäre nämlich die wieder am untersten punkt und die wäre stärker begünstigt am obersten punkt vom trieb und so kann man das ganze auch richtig gut steuern das sieht man auch hier in diesem kleinen trieb bedeutet wenn man hier jetzt ein hauptrieb ziehen möchte dann würde ich diese kräftig austreibenden triebe nehmen die seiten triebe hier einfach abschneiden und dann eventuell als steckling nutzen aber um die pflanze zu formen würde ich einfach diese seiten triebe weg machen weil die ziehen den anderen die energie und wem mehr energie so ein schöner frischer austrieb hat umso höher ist die wahrscheinlichkeit dass dieser auch zur blüte kommt hier der sehr buschig dieser granatapfel das macht aber auch nichts die können ruhig buschig wachsen irgendein trieb wird immer zentral raus wachsen und es ist völlig typisch bei granatäpfeln dass die auch von unten wieder austreiben da gucken wir mal ob wir so ein beispiel finden hier seht ihr zum beispiel so ein granatapfelbaum das ist eine pflanze und die hat von unten zwei triebe ausgebildet und die wachsen generell buschig genauso wie bei dieser pflanze hier dieses unkraut gehört nicht zum granatapfel dazu das heißt hier treibt ein neuer trieb aus und ist ganz typisch dass sie von unten immer stärker nachtreiben und das ist auch das schöne so ähnlich wie bei den feigen wenn man einen winterharten granatapfel hat wo dann unten der wurzelbereich geschützt ist kann man ruhig gerne ein bisschen tiefer einpflanzen wenn man so einen in den garten auspflanzt dann kann der obere teil absterben was bei feigen wie ich gerade angesprochen habe auch so ist und dann treibt die einfach von unten aus dem wurzelbereich raus das heißt es ist immer wichtiger bei solchen pflanzen den wurzelbereich zu schützen weil von dort können sie entsprechend auch wieder austreiben so jetzt gucken wir weiter und schaut euch mal hier diesen zitrus baum an der ist schon bald richtig am blühen da werden wir uns richtig freuen und dieser granatapfel ist einer der ungekürzten kandidaten gewesen und schaut euch das mal an richtig schönes großes pflänzchen dass diese größe erreichen die anderen definitiv nächstes jahr auch dieses jahr schätze ich mal werden die alle ein bisschen kleiner bleiben und dann gucken wir uns hier noch das letzte zitronenbäumchen an zitrusbäumchen auch schön ausgetrieben aber bisher vielleicht kann man hier an der triebspitze eine knospe entdecken aber mehr ist hier nicht zu sehen ja das war das update von den zitronen und den granatäpfeln und den erdbeeren und den ficus benjamini das beste was ihr für zimmerpflanzen machen könnt ist sie im sommer nach draußen stellen das gleiche gilt hier im übrigen auch für diese monstera monstera draußen in der prallen sonne super idee richtig gut müsst ihr machen dann wird die pflanze vitaler kräftiger knackiger und entwickelt sich ganz fantastisch tja noch nicht ganz so groß und das ist das erste mal wo sie hier entscheiden erscheinen sind meine kleinen hand pflänzchen ihr seht hier wunderschön die treiben jetzt schon aus denn die haben ihre keimung schon hinter sich und werden auch teil der nächsten updates aber eigentlich viel besser sind hier die heidelbeeren und mit den heidelbeeren verabschiede ich mich bis zum nächsten video daumen hoch kanal abonnieren und tschüss